Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich will euch heute auf jeden Fall die neuen Aufgaben zeigen, was man da machen muss. So, davon fangen wir jetzt an. Los geht's! Integriere in einen Verlauf eines Matches mit Sonnenvögel oder Mondfalke. So, was müssen wir dann machen? Also wir müssen auf jeden Fall entweder hier und unten. Auch hier müssen wir auf jeden Fall, ich versuche jetzt mal in dem Bereich zu landen, dann zeige ich euch die Aufgabe. In der Zeit, wo ich mich noch in der Luft befinde, ihr könnt gerne meinen Creator Code aktivieren, IRB. Ihr könnt mich auf jeden Fall damit unterstützen, für die Videos, die ich für euch mache, für die Aufgaben, die ich dann immer präsentiere. Könnt ihr mich auf jeden Fall unterstützen. So, wir müssen einmal zu den drei Fragezeichen gehen. Ich denke mal, wir müssen mit dem Typen einfach nur reden. Damit haben wir auf jeden Fall die erste Aufgabe geschafft. Ich versuche mal kurz. Gucken ob das klappt. So, gucken ob die Aufgabe klappt. Genau, damit habe ich auf jeden Fall die erste Aufgabe geschafft. Als nächstes müssen wir auf jeden Fall in dem Bereich gehen. So, da bin ich auch fast schon da. Genau hier, wo die ganzen Maya Pyramiden sind, da muss man auf jeden Fall hin. Und da ist ja auch der Typ schon. Ich gehe mal jetzt zu der Frau hier. Und einmal so ein Vögel. Vögel. Einmal mit der reden. Und somit sollte eigentlich die Aufgabe geschafft sein. Da gucken wir mal kurz jetzt. Genau, da oben sehe ich. 15.000 XP habe ich dafür bekommen. Also ganz einfach und easy. Einfach nur mit den zwei Typen reden. In verschiedenen Orten. Und somit habt ihr auf jeden Fall die Aufgabe geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.